Was glaubst du denn so? Ich hab mich gefragt, was du da hörst. Verpiss dich. Komm schon, ich bin neugierig. The Clash. Hä? Du hast gut aussehen mit schwarzen Haaren, wie Strummer. Gut aussehender Typ, oder? Tolle Frisur, bist ein kleiner Sid Vicious, oder? Sid ist ein Wichser. Wen magst du denn? Ich muss irgendwie nach London. Und One State verlassen? Bist du verrückt? Kein Kind von mir lebt in einem besetzten Haus mit einem Haufen Hippies. Wir haben eine Verpflichtung. The Clash hat eine. Wir müssen den Leuten sein, sie sollen aufpassen. Wacht verdammt noch mal auf, ihr Menschen! Du bist ein kleiner Punk, hä? Es geht darum, dass wir miteinander auskommen. Wir sitzen alle in selben Booten. Es sind die Reichen, die uns töten. Was ist wichtiger? Die Wahrheit oder die Freiheit davon? Spielst du eins von denen? Nein. Kannst du doch. Spiel mir was vor. stroke. haha deter .